Willkommen zurück zu minecraft Ja die letzte map ist unentschieden ausgegangen was einfach kein ausgang gab jetzt die nächste map die tiny tiny you und abgibt ach du scheiße bist du das bonpoint moment er schaue hier ist immer ein return top hier ist auch eins ja jetzt muss ich noch mein game mode auf null setzen bei zwei genau dass ich keine blieben verlieren jahrung verlieren und tschüss also wir haben noch nicht mal gesagt also 321 es geht los wurden ach du scheiße hast du mir müsste mir nicht recommended alter wozu helle ist hier irgendwas mal überlebt so geht es okay ich habe verstanden muss erst mal den sinn verstehen hinter dieser map der sinn ist dass ich dich jetzt gleich töte wenn ich in der nähe bin wenn wir sind verstanden ja du musst den köpfen folgen das schon also bis jetzt hast du einen kleinen vorsprung alter ist das nicht wusste ist nicht ach da aber ich hasse diese jetzt ins auge du hast du so ein riesen vorsprung das ist so mies ja weil ich einfach besser bin wie du ach gar nicht also wo ist denn der die idee ist geil von der map jetzt mal gucken ob ich das treffe auch wenn du hier fällt dann ist einfach in der lava das ist ja richtig mehr bist du ja ganz oben bist du ja ganz oben nein ganz unten fast nach gott aber wenn du hier einfach fällst dann ist in der lava beim letzten sprung also wenn du wenn du das spinnennetz triffst aber nicht richtig triffst du trotzdem ich bin auch mal ganz weit weg davon beim chicken bin ich erst mal dahin nein das reicht nicht aber doch das reicht sogar mit einem leben überlebt das muss erst mal leben regenerieren ja ist klar er hat das zu habschung gefunden na wo ist die traf ist schon wieder gut okay den ausgang habe ich ja wo ist die trofee na wo ist die trofee and the carriage was ist das hier du hast du sie schon die guck mal was ich in der hand haben wir ganz genau an nein in die lava in die lache in die tiny jura naja ok glück und 22 an die energy ist nicht öffnen aber die hier ok so erst 22 weißt wann wir angefangen haben wegen der zeit das so ein bisschen drauf achten soll was am stets immer irgendwie ich würde sagen 321 ja nicht vorher füsten erst ins los geht ok ja ich bin jetzt durch die lava nein alter wie weit das da runter geht alter fuck ja ja ich bin unten ach du scheiße da schon unten Ja, ich habe mich daneben zerschellt. So, wo ist die Trophäe? Jetzt sucht er schon wieder die Trophäe. Schon wieder nicht gesprintet. Glaubt, die ist nicht hier unten. Warum soll die nicht da unten sein? Wo soll sie sonst sein? Weiß ich nicht, aber die ist nicht hier. Warum sterbe ich da immer? Kannst du mir das erzählen? Ich glaube, die ist echt nicht hier. Okay, die muss woanders sein. Warum sterbe ich? Wo ist da? Muss ich genau die Mitte treffen? Also, ich habe wieder fast alles geschafft, aber wozu er lässt die Trophäe? Ah, endlich. Ich... Also, to have habe ich schon wieder gefunden. Das habe ich auch gesehen. Hörst du auf? Hörst du auf? Ich bin doch... gerade beschäftigt. Aber wo ist die scheiß Trophäe? Äh... Du musst im Lava suchen oder so. Alter, ist scherblich. Tu ab. Oh, jetzt bin ich tot. Bist du auch tot? Na, das ist jetzt wieder so ruhig. Also, er war tot. Ja, ich suche diese Trophäe. Das ist einfach der Feuerkonzentration. Warum hat man hier in die Mitte gemoved? Und warum sterbe ich hier? Alter. Ich sterb schon beim Anfang. Du musst in der Mitte runterfallen und die Mitte treffen. Ja. So weit bin ich jetzt auch schon. Aber wo ist die Trophäe? Wenn mal, wenn es hier einen Raum gibt. Geh mal gucken. Gibt es da was? Ich glaube, ich habe gerade einen entscheidenden Tipp gefunden. Ja, ich habe auch was gesehen gerade. Aber ich weiß nicht, ob das reicht, bis man tot ist. Oh, was? Ich bin irgendwann am Boden aufgeschlagen, obwohl ich unten durch war. Oh. Weißt du, es ist nicht schwer genug, das Ding zu machen. Total, wie viel Lava das zu rendern muss dann immer. Aber das Lava läuft perfekt. Du musst einfach die Renderdiffens hochstellen, dann geht's. Ich habe es auch gefunden. Da geht es nämlich runter. Ja, ich habe es mir auch gedacht. Aber wo? Das ist eigentlich genau gegenüber von der Tür. Ja, genau. Aber du überlebst das nicht. Du kommst ja auf jeden Fall nicht mehr hoch. Also hier ist auf jeden Fall eine Vertiefung von einem Block mehr. Aber, hä? Du kommst auf jeden Fall nicht mehr raus aus dem Loch. Das kannst du knicken. Du kommst ja nicht mehr raus. Ich verstehe es noch nicht. Ich auch nicht. Das scheint schon wieder so eine Web zu sein, die wir nicht lösen können. So, hier. Da unten ist irgendwas. Ich sehe es. Da unten ist Dirt-Blöcke. Soll ich mal gucken, ob es da rein geht? Ja, dann gibst du auf. Noch kannst du ein bisschen probieren. Dann gucke ich nicht. Können wir noch drei, vier Minuten probieren und dann... Oha. Dann sehen wir weiter. Nee, also wir können nirgends anhalten während des Sprungs. So viel steht fest. Ja, und hier geht es runter. Das habe ich jetzt auch schon. Aber du kommst nirgends wo mehr hoch. Oh Gott. Selbst wenn du irgendwo anheuser fährst. Ich habe schon wieder was gefunden. Was hast du gefunden jetzt? Nochmal so ein Ding, wo irgendwo eine Lava nach unten geht. Aber es kann nicht sein. Doch. Nein, aber du kommst hier nicht mehr hoch. Du kannst hier nicht mehr durch die Lava hochschwimmen. Du brauchst zu lange, um die Lava hochzuschwimmen. Warum fährst du schneller als ich? Keine Ahnung, du hast Schaden bekommen und dadurch wurdest du langsamer. Ach so. Das ist das Problem. Aber das ist immer nur ein Block. Du passt da nicht durch. Es sind immer nur ein Block tief, diese Türen, die unter der Lava sind. Nicht zwei Block tief. Darum passen wir da eh nicht durch. Eben. Ja, gar nicht, ich bin tot. Ich habe hier unten was gefunden, aber ich weiß nicht, ob das uns hilft. Weißt du, guck mal in den Teich da rein. Da sind die Blöcke verschieden. Oder? Mach ich das nur. Verschiedene Farben. Da sind die alle gleich. Ach so. Na, jetzt war es eine andere Ränderung. Gut, also ich gebe auf. Ich finde, um dann ewig die Folge in die Länge zu ziehen, das ist auch nicht nötig. So, ja. Irgendwie. Gehen wir mal wieder ein Game Out. Bin ich auch hart überfordert damit. So, jetzt gehen wir mal gucken, wo ich hier. Ich bin fast... Hier in der Lava ist einfach nichts. Ich bin jetzt fast zu geneigt. Ich nehme mir jetzt Blöcke. Und... Nein, mach nicht die schönen Lava kaputt. Stopp die Lava. Hier ist einfach nichts in der Lava. Stopp. Ich bin gleich komplett einmal außen rum geschwommen. Da ist nichts. Und stopp die Lava. Lava kann man so leicht nicht stoppen. Wo zur Hölle ist diese doof Fee? Ich bin einmal komplett außen rum. Hier ist nirgends was. Cheaten like a boss. Irgendwo muss man ja einen Command Block sehen. Also, ich bin jetzt auch komplett um das Gebäude rumgeschwommen. Außen rum siehst du auch nichts. Entweder ist... Ich hab's. Entweder ist das Ding backen. Ich hab's. Wo? Ich bin auf die falsche Seite gesprungen. Schau mal, ich bin viermal hier da reingesprungen, ne? Bring mal rechts rein. Ja, und? Einfach gradaus weiterlaufen. Äh, ja. Du musst schon auch in die Richtung weiterlaufen, wo du rein willst. Irgendeine Richtung ging's grad raus. Nö. Ich hab's gefunden. Doch, auf beiden Seiten. Oder? Warte, warte, warte. Ich komm hier nirgends wo. Ich will mal nach oben. Ich will mal die Lava schreck nach oben. Nach oben. Äh, komm mal zu mir, bist du behindert. Darfst du jetzt nicht hierher zu kommen. Ich bin jetzt über dir. Ja. Ich sink hier runter und komm her. Achso, okay. Secret room. Du hättest hochschwimmen müssen in den Lava. Okay, wir wissen jetzt. Du musst nur gerade rüber. Ja, aber man sinkt ja runter und du musst dann quasi die Höhe halten. Ja, genau. Alter, wie kompliziert ist das denn? Okay, fürs nächste Mal wissen wir, die Trophäen finden uns gar nicht so leicht. Die Runde geht mal wieder an keinen von uns. Genau. Und ich würde sagen, das waren jetzt eine Viertelstunde. Unterbrechen wir hier und sind gleich wieder zurück. Bis gleich. Tschüss. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.